Hi Leute, ich wollte noch mal kurz vorstellen, mein neues Projekt. Ihr kennt alle den Schrott Wheelie Rino oder wie das scheiß Ding heißt. Ich habe mir damit jetzt was einfallen lassen. Ich habe hier noch so einen schönen Traxxas Brushless Motor und Dekler und Funke und alles was dazu gehört. Und habe mir gedacht, ich baue da draus jetzt mal ein kleines Rennmonster. Womit wir denn mal so ein paar kleine Speed Ones machen wollen. Wenn euch das interessiert und ihr Lust drauf habt, mal zu sehen, was da draus währt, dann abonniert mich doch einfach und gebt der Geschichte einen Daumen nach oben. Also Leute, Daumen nach oben, abonnieren und ihr seht, was draus währt. Urily Rino Umbau auf Traxxas Monster.